natürlich wieder auf der neuen map jetzt kommt die neue map viel öfters als die alte vorher war es immer die alte die noch kam und das ist die neue die dann dauernd kommt das striker rox der striker kritisch aber vom namen her kommt mit fleur mit dem habe ich eben gespielt was hat er gespielt hat er gespielt heißt überhaupt nichts bastion hätte spielen können aber ich wollte kein tank haben bastion in der auswahl muss in der auswahl drin sein so viele leute wie die momentan spielen muss ich daran denken den zu spielen wenn ich in gold bin ich habe eben gewonnen weil er 17 punkte ich bekommen habe niederlage waren 16 punkte abzug und mal gucken wenn ich etwas sicherer in gold bin ich spiele die bastion vielleicht schaffst du ja mit bastion in gold ich weiß nicht ungefähr zwei spiele die ich gewinnen muss im durchschnitt drei um sicher zu sein und dann mal schauen sieht aber gerade relativ gut aus ja sieht relativ gut aus der hinterlistige der hinterlistige stecke fest da habe ich stecke festgesteckt stecke fest ja der hat mir wumms das ist das problem na toll der hat ich habe nur getroffen das zählt das alles was zählt angeblich aufpassen ich komme von oben kleine hinterlistige striker äh striker ist eigentlich eine kleine hinterlistige cobra was haben sie vor der cobra der bleibt noch da oben schön stehen wartet ab der will schön hinterlistig von hinten ja ja der will von hinten verstehe ich schon ich habe gewusst das rein springen aber dass ich zu dritt kommen hätte ich jetzt nicht gedacht das war ein bisschen blöd das ist ja echt krass ne was die leute jetzt extrem gut spielen jetzt wo es diese ranglisten gibt das ist echt riesiger unterschied zu vorher muss man schon mal sagen ist nicht ohne was hier betreiben ich gehe auf jeden fall runter ich lasse da keine die batteriedrohne die batteriedrohne die tower ist viel wichtiger die batteriedrohne die tower ist viel wichtiger Scheiß Wände hier Das Zeug, was der Dickzimmer da macht, das ist ein bisschen ätzend Ah, der war gut, der war gut, der war gut, au, der ist richtig gut, der war richtig gut Scheiße Oh, die sind schon Level 5, will ich mich verarschen? Ja, verdammt, die haben so gut wie jede Drohne geholt, ne? Ja Oh mein Gott Wäre aber immer gefrackt, hätte ich schon gepackt auf jeden Fall Überlegen, überlegen, überlegen Hätte vielleicht jemand anders werden sollen Vielleicht besser gewesen Der Supporter Was machen die da oben? Die hat eine Drohne, die ist so scheiße Von der anderen Seite angegriffen, das ist so mies Jetzt nicht davonlaufen hier Wo ich ziemlich knapp wäre, sag ich doch Das war die Drohne, das war die Drohne, die Drohne Blockiert von irgendwas, das war Blockiert von irgendwas, das war Schützliche Scheiß Drohne Alter Naja, jetzt kommt mein Besuch Blockier mich doch nicht Mann, Junge Was wollen sie machen? Der unten rumlaufen Ah ok, der kommt schon Oder? Ja, der um den Woheit erledigt kurz Jetzt läuft ihr auf Zeit, von daher Also erstmal nicht so wichtig, Drohne ist wichtiger Ja Hm, das war jetzt gerade komisch Ich könnte nicht schießen Also wirklich könnte gar nichts machen, gar nichts War ein bisschen blöd Teil ist gleich abgelaufen Haben sie oben nichts erreicht, es läuft woanders hin Ich will ja nicht laufen, Mann, was ist das denn hier? Au, Arschloch Nicht getroffen, oder wenn getroffen, dann hat er belebt Oh, der Tower ist jetzt weg Oh, der Tower ist jetzt weg Nein! Ich könnte mal eine Ulti machen, aber es lohnt sich nicht für eine Person. Schwachsinn. Ich finde das immer so blöd. Ulti für eine einzige Person rauszuhauen. Haltverschwendung. Ulti-Verschwendung. Grundpaket. Nicht für mich. Hoffe ich mal. Und sonst weile ich nichts davon. Achso, die haben den Elektronen geholt. Interessant. Was? Kommt der denn jetzt her? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Ah, ich kann. Ich hab die falschen Tasten gedrückt, die sind schuld. Okay, geklaut. Aber das sieht ja eh keinen. Spiel ist ja egal. Ich mag das so viel klauen, wie ich will. Tut's ja keinem weh. Was sollten die Batteriedrohne machen? Ich hab's gedacht, wir machen jetzt die drei voll. Wir müssen uns aber beeilen, weil sie kommen nämlich jetzt auch hoch. Eine Alli-Tower ist unter Attack. Eine Alli-Batteriedrom wurde zerstört. Eine Alli-Batteriedrom wurde zerstört. Einfach weglaufen. Nur zu dritt. Und die Tankdrohne. Wo läuft der hin? Wo läuft der hin? Was macht der da hinten? Der zündet den Flatline. Der hat glaube ich schon zwei Minuten Zeit und läuft den Flatline hinterher. Ist der behindert? Klar, der will oben den Tower machen wahrscheinlich. Aber trotzdem haben wir in der Mitte so gut durchgepusht jetzt eigentlich. Ich habe keine Drohnen. Ja, das war zu schnell des Guten. Das war mein erster Tod und mein zweiter. 4, 2, 5. Okay, der will oben pushen. Kann er machen. Soll er machen, wenn er will. Aber ich krieg Besuch. Trottel. Das war dumm. Das war dumm. Aber egal. Sonnenblatt. Das war's. Das war's. Das war's. Soll nicht mein Problem sein. Soll nicht mein Problem sein. Soll er machen, wenn er will. Und kaputt ist er. Wird der Feld abgelaufen. Ich weiß gerade nicht. Ah, der wird schwierig. Bulken zu packen. Mal versuch zu pushen. Versuch zu helfen. Kurz. Mal versuch mich von hinten dran zu schleichen. Mal versuch mich von hinten dran zu schleichen. Mal versuch mich zu flüchten. Mal versuch mich zu flüchten. Ah, du fliegst trotzdem. Soll er guck halt flüchten. Ich zeige auch tot. Komm, jetzt ist das Schluss mit lustig. Mention. Wenn ich jetzt ruhig meine Ulti benutzt habe, weißt du. Da bekam sie hier angekrochen, ne. Die ganzen Helferlein. Was soll man erwarten. Bloß nicht zu viel. Was soll man erwarten. Bloß nicht zu viel. Wiform. Ich bin nicht zu viel. Ich bin froh. Geh stupid. Ach, sie sind abgelaufen. Oh ne ne, jetzt hier vorne gerade für ein Terz ist immer richtig schlimm Wie viele Ultis kommen hier vorbeigeflungen von Striker Jo, also das ist ne miese Kombination, das ist ne richtig miese Kombination Er verstirbt Ich steh hier vorne mittendrin, da nur dabei Typisch, Terz ist immer noch und wir haben gewonnen Schon wieder, wollen die mich verarschen? Ich hab das Ding jetzt schon wieder bekommen Das kann doch gar nicht sein Ich hab eben nachgerechnet, das konnte nicht stimmen Jetzt nachgucken, ich habe neun Asset Hier, zwei plus drei sind fünf, plus vier sind neun, plus zwei sind elf Ja, elf Ne Elf plus sechs Siebzehn Sechs plus neun sind fünfzehn, da fehlen zwei eigentlich Aber ist okay Ich sah da so nichts und dann, äh, setze ich einfach mal fort Mit dem Maatmen Da ist nämlich auch sehr gut Zuhören Die Kitzel Siebzehn Siebzehn Vielen Dank.